Kapitel 1 von Das Märchen von dem Myrtenfräulein Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Märchen von dem Myrtenfräulein von Clemens Brentano Kapitel 1 Im sandigen Lande, wo nicht viel Grünes wächst, wohnte einige Meilen von der porzellanenden Hauptstadt, wo der Prinz Wetschwut residierte, ein Töpfer mit seiner Frau, mitten auf ihrem Tonfeld, neben ihrem Töpferofen, beide ohne Kinder, einsam und allein. Das Land war ringsum so flach wie ein See, kein Baum und Busch war zu sehen, und es war gar betrübt und langweilig. Täglich beteten die guten Leute zum Himmel, er möge ihnen doch ein Kind bescheren, damit sie eine Unterhaltung hätten, aber der Himmel erhörte ihre Wünsche nicht. Der Töpfer verzierte all seine Gefäße mit schönen Engelsköpfen, und die Töpferin träumte alle Nacht von grünen Wiesen und anmutigen Gebüschen und Bäumen, bei welchen Kinder spielten, denn wonach das Herz sich sehnt, das hat man immer vor Augen. Einstens hatte der Töpfer seiner Frau zwei schöne Werke auf ihrem Geburtstag verfertigt, eine wunderschöne Wiege mit dem weißesten Ton, ganz mit goldenen Engelsköpfen und Rosen verziert, und ein großes Gartengefäß von rotem Ton, rings mit bunten Schmetterlingen und Blumen bemalt. Sie machte sich ein Bettchen in die Wiege und füllte das Gartengefäß mit der besten Erde, die sie selbst stundenweit in ihrer Schürze dazu herbeitrug. Und so stellte sie die beiden Geschenke neben ihre Schlafstelle, in beständiger Hoffnung, der Himmel werde ihr ihre Bitte gewähren. Und so betete sie auch einst abends von ganzer Seele, Herr, ich flehe auf den Knien, schenke mir ein liebes Kind, fromm will ich es auferziehen, ist's ein Mägdelein, das es spinnt, einen klaren, reinen Faden und dabei hübsch singt und betet, ist's ein Sohn durch deine Gnaden, das sehr kluge Dinge redet, und ein Mann wird treu von Worten, stark von Willen, kühn von Tat, der geehrt wird aller Orten, wie im Kampfe, so im Rat. Herr, bereitet ist die Wiege, gib, dass mir ein Kind drin liege. Ach, und sollte es nicht sein, gib mir doch nur eine Wonne, wär's auch nur ein Bäumelein, dass ich in der lieben Sonne könnte ziehen, könnte pflegen, dass ich mich mit meinem Gatten einst im selbsterzogenen Schatten unter ihm ins Grab könnte legen. So betete die gute Frau unter Tränen und ging zu Bett. In der Nacht war ein schweres Gewitter, es donnerte und blitzte, und einmal fuhr ein heller Glanz durch die Schlafkammer. Am anderen Morgen war das schönste Wetter, ein kühler Wind wehte durch das offene Fenster, und die gute Töpferin lag in einem süßen Traum, als sitzte sie unter einem schönen Myrtenbaum bei ihrem lieben Manne. Da säuselte das Laub um sie, und sie erwachte, und siehe da, ein frisches, junges Myrtenreis lag neben ihr auf dem Kopfkissen und spielte mit seinen zarten, im Wind bewegten Blättern um ihre Wangen. Da weckte sie mit großer Freude ihren Mann und zeigte es ihm, und sie dankten beide Gott auf ihren Knien, daß er ihnen doch etwas Lebendiges geschenkt hatte, daß sie konnten grünen und blühen sehen. Sie pflanzten das Myrtenreis mit der größten Sorgfalt in das schöne Gartengefäß, und es war täglich ihr liebstes Geschäft, das junge Stämmchen zu begießen und in der Sonne zu setzen und vor dem bösen Tau und dem rauen Wind zu schützen. Der Myrtenreis wuchs zusehends unter ihren Händen und duftete ihnen Fried und Freude ins Herz.